Das ist schon mal der hier noch, was mir halt am GTA auch gefällt, wenn du eine schöne Ausfahrt da gemacht hast, der Klang, der ist so geil, der trompettet so richtig. Aber was viele, oh, oh, zwei mal geblitzt. Was viele gar nicht wissen, das andere da vorne sind, Nissan GTA Motor, die sind ja Nissan.